Berlin Berlin Für uns als GEWOBAK ist, wie ist Varta Kant, das wichtigste Neubauvorhaben auf eigenen respektive eingebrachten Grundstücken. In einer Zeit, wo Wohnraum dringend gesucht ist, werden wir sozusagen Spandau zu einem neuen Anziehungspunkt für ganz Berlin machen. Das Quartier hat für Spandau eine außerordentlich große Bedeutung, weil hier viele tausend Familien eine neue Heimat finden werden. Wir wollen ein gemischtes Quartier, das vielen unterschiedlichen Einkommenskategorien eine neue Zukunft bietet. Die zukünftigen Mieterinnen und Mieter dürfen sich auf einen sehr hohen Standard freuen. Alle Wohnungen haben Fußbodenheizung, sie haben Parkett, wir haben barrierefreie Duschen. 220 Wohneinheiten sind tatsächlich auch komplett barrierefrei. Da freuen sich Familien, aber natürlich auch Menschen mit Beeinträchtigungen drüber. Ein Highlight wird das Punkthaus sein. Dort werden wir die Dachterrasse öffentlich zugänglich machen. Die wird intensiv begrünt werden und man wird dann aus 25 Meter Höhe über die Havel schauen können. Wir werden in den nächsten zehn Jahren mindestens 10.000 Wohnungen neu bauen lassen. Und davon wird ungefähr die Hälfte errichtet werden durch uns selbst auf Grundstücken, die wir schon haben oder die wir noch eingebracht bekommen. Das größte Beispiel für diesen Teil der Strategie ist die Wasserstadt, also die Waterkant, wie wir es jetzt heute getauft haben, wo wir 2500 Wohnungen errichten werden, also ungefähr die Hälfte dessen, was wir insgesamt errichten. Wenn es alles gibt und du dich fragst, wie das zusammenpasst, das ist Berlin, 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 Berlin. ... ... ... ... ... ... ... kann Berlin, Berlin, Berlin